Deine Aufgabe ist es nicht nach Liebe zu suchen, sondern einzig und allein all die Hindernisse in Dir selbst zu finden, die Du gegen die Liebe aufgebaut hast. Einer der größten Fehler, die wir machen können, ist zu glauben, wir müssten erst die richtige Person finden, die zu uns passt. In Wirklichkeit geht es in der Liebe aber darum, dass Du selbst die richtige Person an Deiner Seite müssen und der Rest passiert von ganz allein an. Heart wide open, öffne Dein Herz für die Liebe. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank.